Haben Sie verstanden, was ich tue? Nein! Nein! Vielleicht geben Sie mir die Gelegenheit, es zu verstehen. Wenn Ihre Idee großartig ist, ist es nicht nötig, dass Sie mir Angst machen, um mich zu beeindrucken. Von Mensch zu Mensch. Ich bin kein Mensch. Um dir deine Nutzlosigkeit zu vermitteln, brauche ich kein Universal Music Studio Equipment. Auch 2018 schafft es weder Cubase noch Audition. Talent mit einem Plugin in die Rohspuren zu mischen. Ich verzichte auf Staffarschen, leg mit Druck betonter Stimme ohne Digital Distarschen. Jede Loop-Region entrümmern, dass dein Ego auf ein Nukleon verkümmert und ein Schutzpatron sich aus freien Stücken in seinem Ruhepol verstümmelt. Wer mich hatet, hat zuvor mein Sungen Feature-Track gebettelt, aber der ist nur drin, wenn dafür beim schiefen Leder lecken. Deine Kniegelenke brechen und der widerliche Dreck mit einem Rekeeper-Gekläffe aus den Kieferwinkeln hängt. Ist okay, verschaff mir neidgeplagt Publicity. Doch du triggerst damit nicht einmal meinen leicht reißbaren Sadistentrieb. Als ob ich mich einlass auf einen in einer Sidebar, deiner Cyberblase stattfindenden, leicht viralen Dickendkrieg. Indem man die immer gleichen und mir infantil erscheinen, den mitteilungsgütigen Biedermeier-Gesichter sieht. Als würden die mich treffen, diese Belgier. Uns trennen eben Welt in ganze Management-Gehälter. Pro-Ripper, ich bin nicht kritisierbar. Und hab keine Feinde, weil ich jeden liquidiert hab. Der Rest schwirrt wie Schweißfliegen über meiner Stirnwand. Doch ich werd von Tag zu Tag nur desinteressierter. Und drohst du mir in Facebook oder Foren? Antwort dich nicht. Oder mit Eliminationen. Runter auf die Knie, weil du niemals mein Niveau hast. SZMK-Gang, Psycho-Diasporter. Alles nachtaktive Mistmaden hinter meinem Plasma-Screen. Ich reagier auf derlei Blasphemie, leicht avversiv. Du kannst egal wie viel an Überlegenheit vergehren, aber redest du mit mir, wirst du zum Pflegeleichten Stiefkind. Und komplimentierst mir Tag auf, wie viel Energie der Part hat. Wenn ich mich bedanke, detoniert dir eine Hirtschlagade. Überventilier, du Bastard. Sogar mein lyrischer Mindeststandard. Wiegt noch weit über dem Idealmaß und ballert dir und deinen minderjährigen Chatkontakte. Die bisher nicht mal einen mittelmäßigen Drecksjob hatte. Mit voller Wucht ein paar Spiekernägel durch Schädelplatten und hinterlässt sie Minderwertigkeitskomplex belassen. Mein Mindfuck ist deine erste richtige Bett. Romantisch, Schrägstrich, mein nächstes hintenwidriges Fehlverhalten. Wofür mit Filtern beschönigen, was ich sag? Glatt gebügelte Musikstücke gehören dem wie Charts nicht in den Untergrund. Denn das Sondieren von Makelern gleicht der Profibildmontage. Peinlicher Teenager-Blagen und jetzt sag mir bitte nochmal deine Meinung in einem Kommentar. Okay, was ist die Wärze im Vergleich zu meinem Honorar? Pro-Ripper, ich bin nicht kritisierbar und hab keine Feinde, weil ich jeden liquidiert hab. Der Rest schwirrt wie Schweißfliegen über meiner Stirnwand. Doch ich werd von Tag zu Tag nur desinteressierter und drohst du mir in Facebook oder Foren. Antwort dich nicht oder mit Eliminationen. Runter auf die Knie, weil du niemals mein Niveau hast. SZMK-Gang, Psycho-Diaspora. Pro-Ripper, ich bin nicht kritisierbar und hab keine Feinde, weil ich jeden liquidiert hab. Der Rest schwirrt wie Schweißfliegen über meiner Stirnwand. Doch ich werd von Tag zu Tag nur desinteressierter und drohst du mir in Facebook oder Foren. Antwort dich nicht oder mit Eliminationen. Runter auf die Knie, weil du niemals mein Niveau hast. SZMK-Gang, Psycho-Diaspora.